Guten Morgen Leute, der Morgen erwacht auf dem BVDM Elefantentraffer 2024. Im Moment ist noch alles ruhig, die meisten schlafen noch, aber so langsam erwacht das Leben. Ich hoffe, dass der Tag ein bisschen trockener wird wie gestern. Schauen wir mal, wo der Wind herkommt. Der Wind kommt leicht vom Westen. Wenn der Ostwind ist, dann ist es meistens eiskalt und trocken. Jetzt schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns.